Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 378. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Kurze Vollzugsmeldung, die Reparaturarbeiten an jörnschar.de sind abgeschlossen. Das war gar nicht so eine Riesensache wie ich befürchtet hatte. Marcel ist ja einfach ein Vollprofi, der hat ein bisschen rumgeguckt und hat dann einfach WordPress nochmal drüber installiert und dann lief's. So einfach. Hätte ich auch drauf kommen können, aber ich mache halt nichts mit IT. Ansonsten wollte ich noch nachtragen, das habe ich letztes Mal vergessen, weil ich so überwältigt war. Ich hatte eine Situation, dass meine Podcast Playlist leer gelaufen ist. Das liegt einfach daran, dass ich im Augenblick im Monat so im Schnitt anderthalb tausend Kilometer durch Schleswig-Holstein fahre und natürlich ich dabei die ganze Zeit Podcast höre. Und da kam meine pandemische Playlist nicht mehr nach. Bin ja relativ lange mit dem Zug zwischen Husum und Heidi hin und her gependelt. Das heißt, ich hatte jeden Tag garantierte anderthalb Stunden Hörzeit. Dann kam die Pandemie. Ich habe fast nur noch von zu Hause gearbeitet und habe entsprechend auch ein paar Podcasts aussortiert schweren Herzens, ohne mir zu merken, welche das sind. Nachdem ich jetzt wieder so viel unterwegs bin auf der neuen Stelle. Ja, muss ich so ein bisschen aufholen. Ich habe noch ein paar Sachen nachabonniert, an die ich mich noch erinnern konnte. Und das hat aber nicht gereicht. Jetzt ist die Playlist also dramatisch leer gelaufen, weil auch einige Projekte ein bisschen ausgedünnt haben, ein bisschen weniger machen, aufgehört haben komplett. Deswegen habe ich dann die Followerschaft gebeten, mir mal ihre besten Podcast-Empfehlungen zu geben. Ich habe gesagt, komm, ist vollkommen egal. Einzelepisoden, ganze Serien, Besetzung, Themen interessiert mich erstmal nicht. Schreibt mir das, was ihr am besten findet. Und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Ich habe rund 50 Episoden runtergeladen. Es waren noch viel, viel mehr Vorschläge. Ich bin gar nicht so richtig hinterher gekommen mit Dokumentieren. Einige Sachen sind jetzt neu in der Abo-Liste. Mit anderen konnte ich nichts anfangen. Da sind halt Episoden dabei gewesen. Die habe ich nach drei Minuten geskippt, weil ich einfach gemerkt habe, sorry, voll nicht mein Thema. Das war aber genau das Ziel. Also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich wieder mehr als 60 ungehörte Episoden in der Playlist habe. Und die normalen Abos, bis ich da ankomme, die sich jetzt täglich aktualisiert haben, seitdem bis dahin vergehen wieder irgendwie 20 Episoden, die ich mir noch anhören muss. Insofern, das hat fantastisch funktioniert. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das so ist. Und sage da nochmal allen, die zuhören, vielen Dank. Denn das war ganz gut. Hat richtig was gebracht. Ansonsten hatte ich eine sehr interessante Arbeitswoche mit einem wahnsinnig aufregenden Termin in Glückstadt. Ich habe einen Beitrag gemacht über die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen, die ein ziemliches Problem hat mit dem Effekt der Elbvertiefung. Seitdem die neunte Elbvertiefung abgeschlossen ist, dieses Jahr im Frühjahr, ist es halt so, dass die Einfahrten zu den Anlegern, dass die immer mehr verschlicken und dass es immer schwerer wird, die Fahrrinne freizuhalten. Und darüber habe ich einen Beitrag gemacht und bin also mit dem erfahrensten Kapitän, den sie haben, mit dem nautischen Leiter und mit dem Geschäftsführer hin und her gefahren. Und es kam, wie es kommen musste. Durch Niedrigwasser, wegen Sturm, durch noch diverse nautische Effekte. Und weil sich halt einfach über Nacht irgendwo eine Sandbank gebildet hatte, die der Kapitän noch nicht kannte, haben wir uns festgefahren. Und das ist natürlich so ein Moment, wo man halt denkt, okay, wir sind jetzt 150 Meter vielleicht vom Anleger weg. Und da sitzt dieser Typ, der seit 30 Jahren, über 30 Jahren hier zwischen den beiden Elbufern hin und her fährt. Und der sagt, mir fällt nichts mehr ein, das war's jetzt. Ja, schluckst du erstmal und gehst im Geiste so durch, was jetzt passiert. Wir sind in Glückstadt losgefahren bei Hochwasser. Also das heißt, mehr Wasser würde nicht mehr kommen. Im Gegenteil, es lief dann langsam ab. Und bis zum nächsten Hochwasser dauert es dann halt noch einen Moment. Also es war klar, dass die Fähre wegen des Sturms und des erwarteten Niedrigwassers ab 14 Uhr eigentlich den Betrieb einstellen wollte. Sie haben dann Tag vorher nochmal angerufen und haben gesagt, wir haben uns die Wetterkarten nochmal genauer angeguckt. Es sieht eher so aus, als würden wir gegen 10 einstellen. Deswegen waren wir so früh unterwegs auch, damit wir wirklich noch mitfahren können. Ja, und dann war halt klar, so um kurz vor 11 Uhr sah alles danach aus, wir sitzen jetzt hier bis ungefähr um 5 Uhr. Bis wieder genug Wasser unter dem Kiel ist, dass wir von der Sandbank wieder runterkommen. Das war im ersten Moment ein bisschen ein blöder Gedanke. Und ich dachte noch, naja, okay, immerhin haben die hier diesen Bordkiosk. Da kann man sich halbwegs bequem hinsetzen. Da kann man Getränke kaufen. Da gibt's was zu essen. Also es wird uns mutmaßlich nicht besonders schlecht gehen während dieser Zwangspause. Aber es ist halt trotzdem Kacke. Naja, und also der hat richtig gearbeitet, hat dann sein Dexband kam noch hoch, ob er irgendwas machen kann. Haben sie noch Lkw hin und her rangiert. Und am Ende waren wir nach ungefähr einer Viertelstunde dann doch wieder frei. Das war aber, also sagt er auch, hätte auch anders gehen können. Das war jetzt so der allerletzte Versuch. Es war wohl auch so, dass ein relativ großer Frachter über die Elbe gefahren ist und der zieht noch mal ein bisschen Wasser raus. Und wenn der weg ist, dann kommt das Wasser wieder. Und dieser Schwall kombiniert damit, dass er die Lkw anders positioniert hat auf dem Deck, hat dann dazu geführt, dass wir rausgekommen sind. Und dazu habe ich einen Beitrag gemacht. Allein anderthalb Minuten aus diesem Beitrag drehen sich um diese Situation. Den habe ich gestern am Wochenende in aller Seelenruhe und mit sehr viel Zeit ganz gemütlich gebaut. Mit nochmal Atmo hier anheben, da noch irgendwie was beimischen, nochmal was neu sprechen. Mehr Arbeit rein investiert, als in eine durchschnittliche Folge von Jörn Schaas bei einem Podcast, um ehrlich zu sein. Dieser Beitrag wird also am kommenden Montag ausgestrahlt. Am 21. in der Sendung Deutschland heute um 14.10 Uhr auf dem Deutschlandfunk. Und geht dann auch online und mit Glück auch in dem Podcast-Feed, denn ich habe gelernt, nicht jeder Beitrag, der bei uns läuft, landet auch im Podcast-Feed. So zum Beispiel Radeln ohne Alter. Also der ist ausgestrahlt worden, ist aber nicht im Podcast-Feed aufgetaucht und deswegen auch nicht in der Gastauftrittskoration. Ich habe den dementsprechend jetzt in den Shownotes verlinkt. Genauso übrigens wie die neue Episode vom High-Alarm-Podcast, die heute Morgen um kurz nach sechs erschienen ist. Und die neueste Episode vom Nord-Süd-Gefälle, die wie gewohnt am 15. um 12 rauskam. Und damit machen wir noch die 1000 Fragen, eine Liste von 1000 Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich besser kennenzulernen. Davon beantworte ich immer ein paar, die ich nach Zufallsgenerator auswähle. Aber nicht alle, denn auf manche gibt es einfach keine vernünftige Antwort, weil die so komisch pseudophilosophisch formuliert sind. Andere, da bin ich einfach nicht die Zielgruppe. Und die letzte Kategorie ist Fragen, die mir zu privat sind, die beantworte ich auch nicht. 703. Was hast du gestern Schönes getan? Ja, diesen Beitrag gebaut. Damit war ich einfach wahnsinnig zufrieden. Diese ganze Situation, keinen Zeitdruck zu haben, eine schöne Geschichte erzählen zu können, tolles Material zu haben und sich einfach mal zwei Stunden hinzusetzen und diesen Beitrag so lange immer wieder neu anzufassen, dran rumzuschrauben, nochmal drüber zu hören. Das war einfach ein wahnsinnig erfüllender Moment. Das hat mir, das war einfach schön. So wie ein, keine Ahnung, Zimmermann sich nachgetaner Arbeit zurücktritt und sich den Dachstuhl beguckt, den er gerade gebaut hat und auch sagt, Mensch, das war gut. So stelle ich mir das zumindest vor, dass die das auch machen. 158. Könntest du mit deinen Freundinnen zusammen wohnen? Ich bin relativ sicher, dass ich mit diversen Freundinnen zusammen wohnen könnte, auch Freundinnen meinetwegen. Da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Wahrscheinlich hätten die früher oder später ein Problem mit mir, weil ich die ganze Zeit wie so ein Schrat in meinem Podcastzimmer sitzen würde. Nein, ich weiß das nicht. So 552 noch. Bist du eher ein Landmensch oder ein Stadtmensch? Das ist ja auch eine Definitionsfrage. Also ich bin ja auf dem Dorf groß geworden und fand das da immer zu eng und habe gesagt, ich muss da weg. Dann habe ich in mehreren Städten gewohnt in unterschiedlicher Größe und fand das in der Regel auch alles in Ordnung. Und jetzt bin ich ja in Husum in dieser sympathischen Kleinstadt angekommen und finde das hier eigentlich ziemlich perfekt. Große Städte stressen mich. Ich habe total gerne in Hamburg gewohnt. Ich mochte die Stadt, als ich da gelebt habe, total gerne. Inzwischen geht mir sowas alles total auf den Geist. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, wie sich mein Leben weiterentwickelt hat oder ob es auch mit der Pandemie zu tun hat. Nein, ich war schon vorher von großen Städten genervt, insbesondere von Berlin. Also wenn wir Städte wie Metropole sehen, dann bin ich definitiv ein Landmensch. Und wenn wir Landmensch wie auf dem Dorf wohnen, also ich bringe immer gerne das Beispiel Sprachebüll, weil das ein toller Ortsname ist, da wohnen 260 Leute. Da würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt wohnen wollen. In Husum? Schon. Insofern, ich bin ein Kleinstadtmensch. Ich bin ein Kleinstadtmensch. Bitteschön. Ja, Kleinstadtmensch in ländlichem Raum. Das ist genau das, was ich bin. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaars feinem Podcast. Alles Gute. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jörn Schaar. Und wir sind es nicht.